So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei KartLive, ein Survival-Spiel in einer Wellpappe-Welt. In der letzten Folge hatte ich mir eine Armbrust gebaut. Jetzt suche ich gerade noch ein bisschen schönes Holz, um noch ein paar Bolzen für die Armbrust herzustellen. Hier ist unser kleines Häuschen. Ich habe zwar noch kein Dach drauf, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Gebäude. So, jetzt mal noch ein paar große Bäume fällen. Ach, wir haben uns schon zur Hälfte durchgenagt. Schwupp, schwupp, schwupp. Arm. Immer noch nicht. Och. Meine Steinachse ist gebrochen. Verdammt. Inventar. Kompakten Stein und Stein. Verdammt. Gut, dann die drei. Dann werden wir mal... Ein bisschen Stein hier schürfen. So, reicht das. Zufällig... ...die Steinachse. Ab hier hin. Und Bolzen herstellen. Gut, dann haben wir das auch. Ich laufe mal jetzt ins Haus. Kurz an die Truhe. Und da kommt mal die Schaufel rein. Das rein. Rotes Holz. Kokosnuss. Alles rein hier. Und dann müsste ich mal üben, wie gut das mit der Armbrust klappt. Sex. Ah, okay. So. Dann schauen wir mal. Okay, gut. Ersten Gegner mal besiegt. Seit langen mal wieder. Gefordert vom Spiel... ...ist ja eigentlich... ...dass ich Wolfsfell finde. Komm, schieß. Aber wo bekomme ich einen... ...Holfsfels her? Ich bin hier überall Krebse rumlaufen. Ich renne mal einfach ein Stück. Immer mal was essen. So, auch Krebse. Hauptsache, ich finde mich nachher hier wieder... ...heim. Goblins. Komm. Okay, was hat er da? Schraxid. Raxid. Miet. Kurz mal im Inventar schauen. Maschinentiler. haben die alles gleiche dabei okay so genau meine pfeile auch weg ohne dass ich das richtige finde eigentlich sind wir auf der suche nach wölfen du bist ein warum willst du mit rot elite krabbe okay so was gab es denn bei dem elite heini krabben seele okay kann ich nichts mit anfangen was bedeutet das das wäre dann unsere erste jagd gewesen da oben sind nochmal kopflinz zumindest einer was ist das ein gargoyle wie gefährlich sind gargoyles ah nein das ist ein imp imp kein gargoyle ok noch mehr imps dumm dass ich was anderes suche ist das kupfer ganz kurz mal die schwitzschwitztacke rausholen kupfer kupfererz jawohl ich glaube so was können wir auch brauchen so das 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 Erstmal raus hier, da sind immer noch Goblins. Nicht viel da. Na gut. Nächsten Goblin erledigt. Flucht in euch brauche ich eigentlich gar nicht. Ah komm. Kleiner Koppel. Weg mit dir. Wolken ziehen vorbei. Und wir suchen eigentlich Wölfe. Oh. Wildschwein. Wildschwein. Wildschwein-Geg. Immer schön Rückkehrslaufen. Erwischt ja uns nicht. Oh Gott. Okay. Das war ein Wildschwein. Wie viele Pfeile haben wir noch nicht mehr? Viele. Ich bin extrem hungrig. Ja toll. Was läuft da drüben? Schildkräuter. Gut. Gut. Schildkräuter. Schildkräuter. Boah. Das hat mich damals getötet. gut. Na toll. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Wenn wir hier schon am Berg sind. Wenn wir hier schon am Berg sind. Dann werde ich mal hier noch ein paar Steinchen graben. Drei. Brauch. 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 Steinchen. 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 Dann können wir dann zumindest wieder mal ein paar Bolzen bauen. Oh Gott. Was ist das? Erde wahrscheinlich. Schauen wir mal ganz kurz im Inventar. Holz. Okay. Dann renne ich einfach mal wieder in meine tolle neue Ferienbude. Hier. Und werde dann dort noch ein paar große Bäume fällen müssen. Oh. Schnell was essen hier. So. Ausdauer am Ende. Hier. Ich glaube schön gelootet. So. Lisa. Wunder hübsche große Daumen. Wupps. 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 Ich will wieder mal wieder in die Tür. Ich will noch mal wieder in die Tür. Ich will noch mal wieder in die Tür von den Laufenden bauten. Lecker. Ich will jetzt mal wieder in die Tür von den Strecken unterhalten. Und Fiber müssten wir hier in unserer Truhe haben. Fiber mal kurz rausnehmen, bla bla bla, impforen. Keine Ahnung, was das gut ist. Kopf in den Knochen, Hauer von einem Wildschwein, Inventar, Bolzen, Kraften, Kraften, Kraften. So, mehr wie 99 geht wohl nicht. Gut. Ähm, was jetzt noch? Hohes Fleisch. Hohes Fleisch, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ziehen. Ähm, jetzt Inventar. Ein Bett wäre ganz toll. Können wir aber nicht, da wir Wolfsfell nicht haben. Schauen wir mal nach Däschern. Ruf, Ruf, Ruf. Gibt es denn sowas überhaupt? Geniose als Rampe genutzt werden. Roten Rampe. Roten Rampe. Roten Rampe. Das kann ich einfach so reinziehen. Okay. Dann... Wo machen wir eine Treppe hin? Ähm... Wir kraften mal. Ach Gott. Natürlich konnten wir nur noch eins bauen. So. Haben wir schon so... Eine zweite Etage halb angefangen. Oh. Ich sehe gerade... Ich könnte mal das... Die Folge beenden. Dann sage ich mal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal bei... Card... Live. Tschüss, ciao. Bye, bye.